Lena, der Eulenfisch-Podcast mit Lena Beuth. Wofür brennen Sie, Bischof Dr. Bertram Mayer? Ich brenne dafür, das Evangelium den Menschen von heute anzubieten, so wie es der erste Teil meines Wahlspruchs sagt, Vox Verbi, als Priester, jetzt als Bischof noch mehr, möchte ich Jesus Christus meine Stimme geben, sein Anwalt sein. Zunächst mal lese ich gerne das Wort Gottes selbst, und zwar nicht nur in deutscher Sprache, nicht nur die Einheitsübersetzung, die manches auch etwas einebnet, sondern, wenn es irgendwie möglich ist, lese ich auch mal die Bibel in anderen Sprachen, in lebendigen Sprachen, auch um da firm zu bleiben, aber auch in Griechisch, Hebräisch, im Alten Testament und vor allem die Vulgata, nämlich Latein. Und das ist der Zündstoff auch für die Predigtvorbereitung. Und dann habe ich noch mal einen Zündstoff, nämlich das sind Menschen, die mich umgeben, im engsten Bereich persönlich, die mich auch im guten Sinne umsorgen, dass ich Mensch sein kann, aber auch im engen Arbeitsfeld, da fühle ich mich einfach momentan pudelwohl. Und das ist Zündstoff, damit ich als Burning Person das Evangelium verkünden kann. Hatten Sie schon mal ein prägendes Pfingsterlebnis? Ja, ein Pfingsterlebnis war für mich die Schlussphase meiner Promotion. Da bin ich mal an einem toten Punkt gewesen und eine erfahrene alte Ordensschwester in Rom hat mir gesagt, steigen Sie doch mal auf die Peterskuppel, dann sehen Sie manches anders. Habe ich getan, war außer Puste und habe dann plötzlich vieles, was sich da in der Stadt tummelt, auch meine Doktorarbeit ganz klein gesehen. Dann bin ich wieder runtergegangen in mein Zimmer und siehe da, viele Knoten haben sich aufgelöst. Das war für mich ein Geistesblitz zu sagen, Bertram, was immer du tust, ist wichtig, aber der Heilige Geist gibt es dir. Der Esprit von oben, den kann ich nicht machen durch mein Denken, sondern den muss ich mir schenken lassen. Und das versuche ich Tag um Tag. Denn, wenn du nicht gesachast, Wiren, ich decine и medications Nu.